Alles klar. So, herzlich willkommen zurück zu Jürtünn. Ich habe mich gerade wieder mit der Steuerung ein bisschen vertraut, aber es ist ja schon was her. Und wir werden uns jetzt dem letzten Abschnitt widmen. Wölfe greifen an, mein Lord! Es ist ja nicht der letzte Gegner, nur der letzte Abschnitt bisher. Ja, wir müssen ja noch zwei Runen sammeln, bevor wir uns dem großen Endboss widmen können. Dafür laden wir natürlich erstmal alles. Alles klar. Und wir sind auf den Wolken. Alles klar. Gut, das war jetzt Zufall. Ich habe gesagt, warum nicht? Uiuiuiui. Gleich darf man nicht da rein. Und jetzt? Achso. Verstehe. Verstehe, verstehe. Verstehe. Oh, ich darf tatsächlich nicht da rein. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich glaube, wir müssen das dann links nachbauen. So, zählt das schon? Das könnte er schon sehen. Das ist das, was man da links sieht. Zack, zack. So, so. Und der muss aus. Der muss aus. Und der muss an. Jetzt kriegen wir Sternzeichen beigebracht. Cool. Keine Ahnung, wie man da drin sieht, aber das frage ich mich bei so manchen Sternzeichen. Wie man da was dran sieht. So, hier dürfen wir wieder ein Rätsel lösen. Ja? Ja, bitte weiter rauszoomen, damit ich alles sehe. Okay. Fangen wir unten an, weil, naja, das untere Ende sehen wir ja schon. War auch daneben. Zack. Zack. Ein bisschen weiter weg. Das ist der hier. Dann kriegen wir den hier. Dann den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Und die drei hier oben. Tada. Dvalen. Nastnens die Hörterin. Erme Hort sind bohren her auf Süßdürden. Schön. Haben wir das Rätsel auch gelöst. Finde ich ist eine nette Idee. Glitterwolken sind wahrscheinlich böse. Großzügig drumrum gehen. Hm, hm, hm. Und da haben wir wieder einen Stern. Und da haben wir wieder einen Stern da jetzt. Gut. Dann werden wir uns dem natürlich auch widmen. Ach, jetzt kommen ja auch so Blitze rüber. Hopala. Da bin ich rausgetappt. Hm. Soll das natürlich nicht passieren. Läuft dann alles noch. Läuft halt so gut. So. Warte mal. Da kommen wieder Blitze an. Ja, okay. Die machen allerdings auch nichts kaputt. Rollst du das mal auf. Halt ja schon. Warte mal. Warum sind denn jetzt beide angegangen? Du aus. Ach, das der kleinste ist. Mindest ich hörte. Wer bist du heute noch weg? Schön. Schöne Erklärung. Wir gehen mal hier gucken. Ah. Hier haben wir einen Erfrischungsbrunnen. Ach, den gönnen wir uns direkt. Ich mein, warum nicht? Dann futter uns wieder böse an. Ich muss mich direkt ein Beats klauen. Upsi. Ja, passiert. So. Hier sind wir. Oder? Da müssen wir hin. Oh, kein Blitz. Oh, da ist ein Blitz. Ich erkunde hier ein bisschen. Ich weiß nicht, wo wir langen müssen. Das sieht auch aus wie ein Sternrätsel. Müssen wir das jetzt öfter machen? Wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein riesiges Sternrätsel. Oh. Okay. Geben wir es an. Aua. Das war nicht klug. Das war gar nicht klug. Alter. Der Nealows. Ähm. So. Lass mich mal kurz überlegen. Das ist ja nicht so einfach, wenn ihr überall Südze einschlagen fühlt es nicht. So, das dürfte jetzt sein. Hier aber der obere Strand auf jeden Fall sein. Das macht jetzt aber keine Blitze aus, oder? Ich hoffe es. Der wäre echt ärgerlich. Und du, los. Ja, perfekt. So, das dürfte der Strang gewesen sein. So, dann kommen wir nach dem. Uh, weg, weg, weg. So, das dürfte der Strang gewesen sein. Und. Dann fehlt der hier, glaube ich, noch. Ne, der ist falsch. Da kann man jetzt gar nicht hin. Der? Der ist auch falsch. Aua. Mein Gott, ey. Ne, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Irgendwas ist falsch. So. Oben. Das dürfte wichtig sein. Ach so. Na. Ich habe einfach einen vergessen. Hör. Ich meine. Ja. Okay. Darf ich gehen? Danke. Ich fühle mich auch echt unwohl. Ach, na. Von wegen, wenn die drauf ist, ist das noch schlimmer. Glaube ich. Ja, und dann zeigen wir mal das ganze Sternbild. Äh, ein Bild. Uiuiui. Echt nicht schön hier. Am Anfang war es noch so gemütlich. Ja, kann man wohnen. Alles toll. Aua. Ich habe mich nicht erwischt. Aber inzwischen. Uuhu. Das war knapp. Aber inzwischen kriegt man ja echt. Echt viel aufs Maul. Okay. Der hier dürfte das sein. Ja. Der die Gewitterwolke da links nervt. Tierisch. Nein, da sind zu viele Blitze auf einmal, so jetzt sind wir da, ich muss ja die ganze Zeit nach links gucken und überall tauchen dann auf einmal bei mir direkte Blitze auf, ja der Mittelteil ist schwierig, weil man sich hier irgendwie an den Blitzen vorbeischummeln muss, so wir sind jetzt hier, jetzt müssen wir das zweite Bein bauen, ja, und hier, nice, beide, so, jetzt haben wir unser halbes Rentier da gebaut oder Reh oder was auch immer das sein soll, wir kriegen ja gleich die Erklärung, jetzt müssen wir den einen da noch kriegen, und hier war so ein Blitze, schnell, 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 okay, hat funktioniert, hat gar nicht funktioniert, halten wir uns mal ne Runde, so, wir sind jetzt aber, mit den meisten sind wir durch, die letzten sind es, die sind schnell gemacht, ja, hab ich grad nach rechts geguckt, da, ach, sieh an, hab ich gar nicht verstanden gehabt, was wir hier machen sollen, ehrlich gesagt, da haben wir die Runde bekommen, da haben wir die Runde bekommen, wir werden natürlich weiter erforschen, weil, ich glaube, uns fehlt mindestens noch ein goldener Apfel hier, das hab ich nicht gesehen, das war voll viel zu halten, das war echt gemein, so, ich meine mich zu erinnern, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, aber wir hätten dann doch tatsächlich den anderen Weg zuerst nie sollen, um die Zusatzsachen zu bekommen, vorher soll man es wissen, ne, müssen wir wieder ein Sternenbuch bauen, ach so, diesmal kriegen wir ja keine Nahansicht, sondern müssen das so irgendwie gewährleistet bekommen, na gut, dann machen wir das, so, dürfte richtig sein, oder? Oh, weil es noch nicht so schwer, ach, eine Götterkraft, okay, ja gut, klar, die Kraft des Donners wird natürlich jetzt verbessert, sehr gut, yay, hmm, aber wo gibt's jetzt den Apfel? Ey, hab ich vergessen, dass da eine dunkle Wolke ist, so, ja, jetzt, ach, hm, ich hab extra auf die Karte geguckt, irgendwie, das Apfel, ich sehe ihn, er ist einfach da, hinter der Wolke, muss einfach ein bisschen durch die Wolke hier laufen, Ach, egal, ich kriege einen Apfel dafür, nice, und ich glaube, damit haben wir alles hier, oder? Ja, wir gehen einfach mal in die große Leere zurück, wird schon, nice, das war ja ein guter Lauf, dann gucken wir doch mal hier, und alles leuchtet, was leuchten soll, wir haben tatsächlich alles gefunden, cool. Gut, dann sag ich mal, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, dann machen wir den Teil hier, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.